Wir begrüßen Sie im Haus der Architektur virtuell, aber doch auch tatsächlich zur Veranstaltung zum Thema systematische Öffentlichkeitsbeteiligung in Köln. Wir haben zwei Referenten eingeladen. Eigentlich hatte ich geplant, die beiden vorzustellen, aber da ich nur von einem den Text bekommen habe, habe ich gedacht, wir könnten das jetzt auch umändern und sie stellen sich gleich selbst nochmal vor. Das fände ich schön, weil man dann auch noch sagen kann, wo die Motivation für dieses Thema vielleicht auch in der eigenen Biografie herkommt oder verankert werden kann. Ich sage aber jetzt nochmal ein paar technische oder Ablaufdinge, die ich mir notiert habe. Also das Erste, das wissen vielleicht auch schon die meisten, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und man wird sie später über das HDAK, über einen Link in YouTube noch abrufen können. Genau. Wir hatten uns einen Ablauf überlegt, der sieht so aus. Also wir machen eine kurze Begrüßung, dabei bin ich jetzt schon. Dann kommt die kurze Vorstellung der zwei Personen, damit sie verstehen, aus welcher Perspektive die Vorträge gehalten werden. Dann machen wir den ersten Vortrag mit Herrn Dr. Heinz. Dann machen wir eine ganz kurze Pause für Rückfragen, Verständnisfragen. Da würde dann Jola die Fragen aus dem Chat reinbringen und wir drei würden sie dann beantworten, je nachdem, wer sich da berufen fühlt. Dann machen wir den zweiten Vortrag von Dieter Schöffmann aus der anderen Perspektive des Büros für Öffentlichkeitsbeteiligung und danach nochmal kurz Rückfragen zum Verständnis und dann sollten wir hoffentlich noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten für eine Diskussion haben. So ist der Ablauf geplant und dann würde ich sagen, vielleicht machen wir jetzt die Vorstellung jeweils vor dem Vortrag. Also jetzt würde ich Sie, Herr Dr. Heinz, bitten, kurz was zu Ihrer Person zu sagen, zu Ihrer Motivation und dann mit dem Vortrag zu beginnen. Und Dieter Schöffmann macht das dann gleich bei seinem Vortrag. Das mache ich gerne. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Mein Name ist Rainer Heinz. Ich leite jetzt seit ziemlich genau vier Jahren das Referat Strategische Steuerung, das direkt bei Frau Reker, also der unserer Oberbürgermeisterin, angesiedelt ist. Und wir haben im Kern keine operativen Aufgaben, sondern unser Job ist, Zukunftsfähigkeit herzustellen. Und das sind zwei Schwerpunkte. Zum einen nach innen, was wir Verwaltungsreform nennen, letztlich der Versuch, diese Großorganisation nochmal neu aufzustellen, hin zu einem leistungsstarken, offenen, transparenten, effizienten, auch mitarbeiterfreundlichen Dienstleister. Was ist nach innen? Und das Zweite ist das Thema, das wir heute behandeln. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine Verwaltung nur zukunftsfähig ist, wenn sie sich zu einer offenen Verwaltung entwickelt, die an der Schnittstelle Bürgerinnen wie selbstverständlich informiert, Transparenz eine Normalität ist, dass wir wie selbstverständlich gute Beteiligung hinbekommen und damit auch die Grenzen zwischen Stadtgesellschaft und Verwaltung beim Wirken für unsere Stadt eigentlich immer offener werden. Das sind so die beiden großen Schwerpunkte. Und das treibt mich eigentlich auch, ich bin ja seit über 30 Jahren im kommunalen Sektor, war früher mal Bürgermeister in Flensburg, habe aber wesentlich davor auch als Strategieberater genau diese Themen mitverfolgt. Insofern bin ich nochmal wieder so bei meinen Herzensthemen hier gelandet. Wunderbar. Ja, dann würde ich Sie bitten, Dr. Heinz, Ihre Präsentation zu starten. Ein gut, eine kurze Zwischendings. Wenn du nicht sprichst, bitte dein Mikro ausschalten, damit es keine Störgeräusche gibt. Okay, kann ich machen. Letztes Mal hatten wir das anders besprochen, aber mache ich. Jetzt wird wahrscheinlich die Präsentation eingefahren. Wunderbar. Perfekt. Und ich sehe auch schon, wie ich es weiterklicken kann. Wunderbar. Also ich möchte Sie kurz in unser Thema einführen, bin gleich ans Ende gesprungen, was ich gar nicht wollte. Worum geht's? Ich will nicht direkt mit unserem Projekt anfangen, sondern ich will nochmal mit so ein paar Grundgedanken anfangen. Diejenigen, die jetzt hier in unserer Stadt Verantwortung haben und dieses Thema Öffentlichkeitsbeteiligung vorantreiben und entwickeln wollen, sind der festen Auffassung, dass man Stadt im Dialog gestalten muss, dass das alte Bild, dass man Städte noch hierarchisch zentral planen könne, schichtweg nicht mehr funktioniert. Und es hat nichts mit mangelnder demokratischer Legitimierung zu tun, sondern mit einem neuen, anderen Verständnis, dass Bürgerinnen zu Recht an die Gestaltung ihres Gemeinwesens haben. Und das hat letztlich zwei Ebenen. Das eine ist die oft diskutierte Ebene, dass schlichtweg Verfahren, Projekte, Prozesse besser werden, wenn wir sie mit Bürgerbeteiligung unterstützen. Wir kriegen mehr Wissen rein. Wir kriegen eine deutlich bessere Legitimation hinein. Und was man oft nicht glaubt, die Projekte werden nicht ineffizienter, sondern sie werden zumeist effizienter, weil wir Störungen, die am Ende alles aufhalten und schwierig machen, dadurch vermeiden. Das ist allerdings nur die eine Ebene. Die zweite finde ich ehrlich gesagt mindestens genauso wichtig, nämlich Bürgerbeteiligung auch als ein ganz wichtiges Element in unserem Kampf gegen Politik, Verdrossenheit und Populismus zu verstehen. Denn wenn wir Bürgerbeteiligung machen und sie gut machen, dann erleben sich eben Bürgerinnen nicht mehr als Subjekte, nach dem Motto, die da oben, sondern sie erleben sich selbst wieder als Objekte, Quatsch, eben nicht als Objekte, sondern als Subjekte politischen Handelns. Sie wissen, sie spüren wieder, dass es auf sie ankommt, dass ihr Wort zwar nicht alles entscheidet, aber gleichwohl Gewicht hat. Das ist der eine Punkt, den wir, glaube ich, beachten sollten. Und das Zweite, das halte ich für genauso wichtig. In dem Moment, wo man sich in Bürgerbeteiligung hinein begibt, erlernt man auch, dass es gar nicht so einfach ist, zu gemeinschaftlich getragenen Lösungen zu kommen. Es ist viel einfacher zu sagen, die da oben müssten doch einfach nur A, B oder C tun. In dem Moment, wo ich das in einem Diskurs mit anderen tue und erfahre, die anderen finden aber F bis Y deutlich spannender, gibt es auch ein Erleben, wie man Konflikte diskutieren muss, wie viel Anstrengung und auch Herzblut man reinstecken muss und aber ehrlich gesagt auch, wie viel Kompromissfähigkeit man haben muss, um letztlich hier mitmischen zu können. Damit das aber klappt, kann man schon auch aus, nicht nur aus unserer Sicht in Köln, sondern auch generell aus der Erfahrung mit Bürgerbeteiligung sagen, dann gibt es so ein paar Erfolgsfaktoren, auf die muss man unbedingt achten. Und das eine ist, dass man Bürgerbeteiligung nicht dann einfach nur machen kann, wenn es Politik und Verwaltung gerade gefällt, nach dem Motto, jetzt hätten wir euch gerne, aber bei dem anderen Thema nicht. Sondern wenn man das ernst nimmt, dann muss quasi Bürgerbeteiligung ein Bürgerrecht sein, das nach ganz systematisch klaren, möglichst weitgehenden Verfahren entschieden wird. Zweitens kann man immer wieder feststellen, gerade am Anfang von Bürgerbeteiligung ist es ganz ... ... und das sind die Gestaltungsgrenzen. Ja, Unklarheit am Anfang rächt sich. Drittens, wir lernen gerade, dass es eben nicht reicht, einfach die Anwohnerveranstaltungen zu machen in einfacher Form, sondern wenn wir an gute Beteiligung denken, dann müssen wir richtig nachdenken, was passt zum Gegenstand, wen wollen wir eigentlich erreichen, wie komplex ist es, wie konflikthaft ist es. Das heißt, wir müssen einfach auch die Beteiligungsformate auf ein anderes, neues Qualitätsniveau heben. Einfache und naive Formate, ehrlich gesagt, fliegen einem oft mehr um die Ohren und nützen wenig. Vierter Punkt, der uns immer wieder besonders berührt, ist, wir dürfen nicht einfach zufrieden sein, wenn wir eine Bürgerbeteiligung durchgeführt haben, sondern wir dürfen eigentlich erst zufrieden sein, wenn wir die, die betroffen sind, tatsächlich erreicht und möglichst auch aktiviert haben. Ja, sonst sprechen tatsächlich immer die selbsternannten Lobbyisten und behaupten, dass sie die Stadt repräsentieren. Das heißt, gute Beteiligung muss klare Ziele haben, wie weit wir erreichen können und wollen und muss das zum Maßstab nehmen. Und wenn man das machen will, dann muss Bürgerbeteiligung wie selbstverständlich von Anfang an mitgedacht werden. Das ist insbesondere für so eine Großorganisation wie die Stadtverwaltung Köln ganz wichtig. Es darf nicht eine Art Zufälligkeit geben, ach, wir könnten ja auch Bürgerbeteiligung machen, sondern jedes Projekt, das gemacht wird, hat von Anfang an einen Standard. Wir entscheiden über Bürgerbeteiligung und wie sie gemacht wird. Dann gibt es unheimlich viele Herausforderungen, werden wir bestimmt auch darauf kommen. Ich will auf zwei Punkte nochmal besonders eingehen. Wenn wir das schaffen wollen, dann muss zum Beispiel Verwaltung in die Lage versetzt werden, Konfliktlagen zu kommunizieren und zu moderieren. Und das mag sich vielleicht keiner vorstellen, aber das gehört nirgendwo zur Ausbildung von Beamten und Verwaltungsangestellten. Niemand hat quasi per se systematisch gelernt, wie man gut kommuniziert, wie man vielleicht gewaltfreie Kommunikation macht, wie man moderiert macht. Das heißt, wir haben in der Regel zum Beispiel im Verkehrsbereich Ingenieure. Die haben sich beworben, weil sie gerne Planungen machen. Auf einmal sagen wir, natürlich machst du jetzt auch Bürgerbeteiligung. Das heißt, wir müssen sicherlich einen breiten Qualifizierungsprozess, wir müssen auch mit Ängsten umgehen. Es gibt einfach auch Menschen, denen das schlichtweg Angst macht, sich in einer Öffentlichkeit hinzustellen und die freie Rede zu führen und dann vielleicht noch Konflikte zu moderieren. Und das ist bei so einer 20.000 Mitarbeiterinnenverwaltung durchaus ein umfangreiches Projekt. Und das Zweite finde ich auch in politischer Hinsicht interessant. Solange Politik glaubt, dass sie dann erfolgreich ist, wenn sie jeweils ihre eigenen Vorstellungen durchsetzt, ist Bürgerbeteiligung eigentlich schon tot. Weil es geht dann eigentlich nur darum, egal welches Verfahren ist, am Ende zu sagen, das, was ich wollte, haben wir letztlich durchgeführt. Wenn man Bürgerbeteiligung ernst nimmt, muss es ein Politikverständnis geben, das sagt, wir müssen wertegetrieben in einen Diskurs kommen und wollen diesen Diskurs zu einem möglichen Erkenntnis und was eigentlich Erfolg ausmacht. Ich komme da ganz zum Schluss nochmal darauf zurück, weil ich da nochmal sagen möchte, dass Bürgerbeteiligung dann mehr ist als nur Prozesse und Strukturen und Veranstaltungen. In Köln hat das 2015 angefangen, diese Diskussion. Ich will das gar nicht im Einzelnen ausführen. Es war, glaube ich, ein langer, zäher Kampf, bis sich Verwaltung und Politik darauf eingelassen haben. Im Nachhinein kommt dann das wie ein sehr langer Prozess vor, aber das macht gar keinen Sinn, mehr zurückzugucken. Aber es hat eine lange Vorgeschichte und es gibt viele Kämpferinnen und Kämpfer, die das überhaupt erst ermöglicht haben, dass wir dort sind, wo wir heute stehen. Wichtig ist, bevor wir jetzt nochmal auf das ganz Konkrete kommen, dass ich zunächst nochmal unseren Kölner Anspruch deutlich machen will, denn den halte ich wirklich für besonders, nämlich besonders weitgehend und besonders qualifiziert und im Vergleich so mit anderen Kommunen in Deutschland auch für den weitestgehenden Ansatz. Das will ich kurz auf zwei Folien darstellen. Unser Grundziel ist, dass Kölnerinnen und Kölner grundsätzlich zu jeder Beschlussvorlage der Verwaltung eine Öffentlichkeitsbeteiligung anregen können. Das ist der weitestgehende Anspruch, den wir überhaupt haben können. Das heißt, es gibt keine Beschränkung in Köln, dass es nur bestimmte Projekte sein sollen, dass es nur bestimmte Handlungsfelder sind, sondern wir wollen am Ende unseres Projektes dieses quasi Bürgerrecht auf Bürgerbeteiligung realisiert sehen. Das ist was ganz anderes. Die meisten anderen Kommunen, die auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit haben, die machen entweder tolle, bunte Großprojekte, das ist natürlich auch immer viel wert, oder es gibt sogenannte Vorschlagslisten, wo irgendwelche Gremien entscheiden, dazu machen wir eine Bürgerbeteiligung und hierzu machen wir nicht. Das halte ich eben schon für zutiefst undemokratisch und falsch aufgesetzt. Und wir haben uns in Köln dafür entschieden, dass wir diesen weiten Anspruch haben. Damit man das aber herstellen kann, quasi dieses Grundrecht auf Bürgerbeteiligung, muss man das in der Verwaltung organisieren und wir haben das so gemacht, dass wir jede Beschlussvorlage der Verwaltung, die im Bereich systematische Öffentlichkeitsbeteiligung kommt, mit einer Kurzbegründung versehen, und zwar als Standard. Wenn man dann hinterher reinguckt, können Sie das am Ende sehen. Wir empfehlen eine Bürgerbeteiligung, ja, nein, warum und in welcher Art und Form. Das heißt, wir schaffen bereits mit dem Erstellen der Vorlage die Grundlage dafür, dass über Bürgerbeteiligung entschieden wird. Und dann entscheidet aber, und das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem, was in den meisten Kommunen passiert, dann entscheidet nicht einfach Politik, ja, mach doch Bürgerbeteiligung und den Rest macht die Verwaltung eigenverantwortlich, sondern wir haben als Verwaltung eine Bringschuld, dem Ausschuss und künftig auch dem Rat, ein detailliertes Beteiligungskonzept vorzulegen, womit wir immer sichtbar machen, mit welchem Aufwand wollen wir herangehen, mit welchen Verfahren wollen wir wen wie erreichen. Und letztlich hat das politische Gremium damit immer die Möglichkeit zu steuern, zu sagen, macht mehr, macht es anders, versucht noch bestimmte Zielgruppen zusätzlich zu erreichen. Das heißt, wir schaffen ein Maximum an Entscheidungsqualität, indem wir wirklich die Bringschuld der Verwaltung dort ziemlich hochfahren. Wichtig, in Köln entscheidet dann jeweils immer das sachlich verantwortliche Gremium über das Ob und Wie. Es gibt also keine Nebenprozesse über irgendeinen Bürgerausschuss oder ähnliches, sondern es gibt immer den Zusammenhang zwischen Sachlichkeit und Bürgerbeteiligung. Und das Letzte, was ich hier noch erwähnen will, wir haben dabei eben ein Ziel, das habe ich schon mal angesprochen. Wir wollen versuchen, jeweils in jedem Verfahren die Perspektive und Bedürfnisse aller vorrangig von einer Angelegenheit betroffenen Zielgruppen einzubeziehen. Das ist eben ein qualitativer Anspruch. Und sagen nicht, na gut, wenn die nicht kommen, sind die ja selbst schuld. Sondern wir wollen es auf uns nehmen, uns Gedanken zu machen, diese Zielgruppen zu erreichen. Wir werden nachher sicherlich darüber sprechen, dass das gar nicht so leicht zu realisieren ist. Deswegen heißt das auch Leitziele. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir immer im Kopf haben, was unser Anspruch ist, an dem wir uns langfristig auch messen lassen wollen. Vielleicht, weil dieser Anspruch auch wirklich ein hoher ist, war es gar nicht so leicht, 2018, als wir das vom Grunde her stehen hatten, einen positiven Beschluss zu kriegen. Sondern wir haben eine ziemlich heftige Diskussion bekommen, auch in der Verwaltungsspitze, nach dem Motto, die Vorteile klingen ganz schön. Aber schaffen wir das überhaupt? Werden wir überrannt? Und legen wir uns nicht selbst lahm? Und das hat dazu geführt, dass wir 2018 nicht den von einigen erhofften Beschluss bekommen haben, das machen wir jetzt flächendeckend und wir starten. Sondern es ist ein Pilotversuch beschlossen worden. Und wir haben das letztlich getestet, von 2019 bis eben Juni 2020 mit dem Ausschuss für Umwelt und Grün und der Bezirksvertretung Nippes. Und wir haben quer dazu jeweils ein Verfahren aus dem Bereich Sport, Kultur, Stadtplanung und Stadtverkehr gemacht. Das haben wir alles systematisch dokumentiert und ausgewertet. Und ich versuche das hier so ganz kurz und natürlich damit vereinfachend zusammenzufassen. Vom Grunde her kann man sagen, das, was wir uns an Verfahren und Methoden ausgedacht haben und für eine Großverwaltung auf Dauer funktionsfähig sein wollen, das klappt. Also diese Beschlüsse, die ergänzt werden, die Entscheidungsverfahren, das funktioniert und der Aufwand ist längst nicht so hoch, wie viele befürchtet haben. Trotzdem haben wir schon aus dieser kurzen Phase da von 18 Monaten ziemlich viel gelernt. Ich will nur vier Punkte hervorheben. Wir haben festgestellt, dass das schönste Verfahren nichts nützt, wenn viele Leute gar nichts davon wissen. Ich sage das mal so platt. Das heißt, wir müssen noch viel, viel mehr dafür werben, dass es diese Verfahren jetzt überhaupt gibt. Wir müssen in der Kommunikation viel, viel breiter werden. Ja, das hatten wir als Ansatz systematisch mitgedacht. Aber wir schaffen jetzt zum Beispiel im Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung eine Stelle, die nichts anderes macht, um die Verfahren kommunikativ aufzusetzen und zu unterstützen. Das ist zum Beispiel so eine Lernerfahrung. Zweitens haben wir eben auch mit großer Engagement und viel Fachwissen der KFA angefangen, stille Zielgruppen zu erreichen. Wird Dieter Schöffmann sicherlich auch gerne was zu sagen. Da sind wir längst noch nicht am Ende. Wir sind gerade, würde ich mal sagen, tastend am Anfang. Ja, aber es macht schon auch Spaß, sowas auszuprobieren und es macht auch Spaß zu sehen, dass man da Menschen erreicht, die sonst niemals vorher sich an irgendetwas beteiligt haben. Wir müssen aber auch beobachten, dass es in den politischen Gremien, wir dann aber oft mit einer Frage konfrontiert werden und was denkt denn die breite Mehrheit? Ja, das heißt, qualitative Verfahren unterschiedlicher Perspektiven ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Wir werden uns genauso viel Gedanken machen müssen, wie wir letztlich auf der Ebene von Meinungsforschung und Meinungsbefragung auch sowas wie breite repräsentative Votings hinbekommen, weil das immer mehr Teil von politischer Unterstützung ist. Und der vierte Punkt, das will ich hier der Ehrlichkeit halber auch erwähnen, Altprojekte, die sicherlich nicht optimal gelaufen sind und zum Teil weiterhin parallel laufen, belasten einfach auch die Glaubwürdigkeit unseres Vorgehens. Ja, weil hier machen wir ein Projekt nach diesen neuen Maßstäben und direkt daneben läuft ein Projekt auch mit großem Interesse und großer Wichtigkeit und läuft eben noch nicht nach diesen Kriterien. Das muss man aushalten. Es ist völlig unrealistisch, Altprojekte in das neue System zu übernehmen, weil da müsste man sie völlig neu aufsetzen. Ich weise aber immer darauf hin, dass jedes Beschlussgremium mit Mehrheit entscheiden kann, zu sagen, wir wollen noch folgende Beteiligung, wir wollen noch folgenden Verfahrensschritt machen. Ja, das insofern kann man natürlich auch aus den laufenden Prozessen für Altprojekte noch etwas bewirken, aber nicht, indem man das neue Verfahren einfach auf das alte oben drauf stellt. Aber das ist eine schwierige Diskussion, die wir auch im Beirat immer wieder gehabt haben. Wie breit und vielfältig das wird, will ich Ihnen gar nicht im Detail zeigen. Man kann das an so einem ganz kleinen Projekt machen. Haben Sie einige sicherlich verfolgt. Am Salzmagazin ist eine Minifläche, die bislang als Parkplatz genutzt wird. Und jetzt noch die Frage, was könnten wir denn daraus machen? Und ich will da gar nicht ins Detail gehen, sondern die folgende Grafik zeigt, dass es eben nicht mehr die einfache Versammlung ist, sondern es ist ein Mix aus verschiedenen Schritten, um möglichst zu einem qualifizierten Prozess zu kommen. Und ich gehe das nur so kurz durch, wobei uns ehrlich gesagt hier gerade Corona am Anfang dazwischen gekommen ist. Es sollte starten mit einer Zukunftskonferenz, in dem es noch gar nicht um den Platz geht, sondern um Interessenslagen, Bedürfnislagen, die im Veedel, im näheren Umfeld da sind. Ja, also quasi einen Schritt deutlich vor der Planung, ja, aufzunehmen. Wir haben das dann versucht, in die anderen Schritte mit zu implementieren. Wir haben Postwurfsendungen gemacht, in denen wir erstmal breit alle informiert haben, dass es überhaupt diesen Prozess gibt. Man konnte die auch zurückschicken und dabei Anregungen geben. Wir haben wirklich viele, das heißt wir, ich nicht, aber viele Kollegen der KFA und auch aus meinem Team haben aufsuchende Beteiligungen gemacht, in denen man wirklich vor Ort aktiv Menschen angesprochen hat, die auch gesagt wurden, uns hat noch nie jemand was gefragt, ja. Das war auch tolle Reaktion, was es dort gegeben hat und die dann auch einfach zum ersten Mal sagen konnten und durften und ihre Ideen einbringen konnten, was sie sich da eigentlich wünschen. Wir haben auch, um Reichweitenerweiterung zu haben, andere Zielgruppen zu erreichen, einen Online-Dialog aufgebaut und erst auf dieser Basis entsteht jetzt eine Entwurfsplanung. Und diese Entwurfsplanung geht jetzt in so eine zweite Phase. Da wird es so eine Galerie geben, in dem man die neuen Ideen, die möglichen Ideen sehen kann, auch mit Votings und so weiter. Es werden Planungsszenarien sein. Das heißt, die Menschen werden auch sehen, dass mit ihren Meinungen etwas gemacht wurde und es wird nicht einfach gesagt, das ist der Entwurf, sondern auch hier ist nochmal eine Phase, von großer Offenheit. Aber es wird jetzt so trichterförmig enger und da werden wir uns um Feedback-Verfahren kümmern und das führt dann erst zu einem Entwurf, der dann natürlich auch nochmal rückgekoppelt wird in eine Abschlussveranstaltung. Und dieses Ergebnis geht dann erst in den politischen Entscheidungsbeschuss. Und das sieht man schon, das ist deutlich breiter. Viele kennen solche Mix- und Verfahren natürlich aus den Großprojekten. Ja, dafür ist das, wenn man Parkstadt Süd mitgemacht hat, da gab es das alles schon, also gar keine Frage. Unser Anspruch ist, das nicht für wenige Leuchttürme nur hinzukriegen, sondern für jedes Projekt uns genau zu überlegen, was der richtige Mix ist. Und aber wir machen nicht nur wenige Leuchttürme und den Rest machen wir auf Schmalspur. Das ist letztlich nicht mehr unser Anspruch. Das bedeutet, wir müssen ganz viele Formate überlegen. Das will ich hier gar nicht im Einzelnen verstanden. Ich will nur auf zwei Punkte hinweisen. Wir haben zum Beispiel eine Befragung auf der Straße mit Studentinnen gemacht und dort haben viele Bürgerinnen gesagt, ich würde mich schon beteiligen, aber ich möchte eigentlich nicht mehr als fünf bis zehn Minuten investieren. Und da ist uns nochmal deutlich geworden, wenn wir gute Beteiligung machen wollen, dann denken wir an die zweieinhalb Stunden Veranstaltungen, in der hochqualifiziert toll diskutiert wird. Wenn man solche Rückmeldungen aufnimmt, muss man ergänzend auch über einfache Voting-Verfahren, zum Beispiel über Apps, Abstimmungen nach Nutzerinteressen, Prioritäten etc. denken. Das heißt, gute Beteiligung ist nicht nur die hochqualifizierte komplizierte Beteiligung, sondern es ist vielleicht auch gerade die einfache Beteiligung. Das könnte sein, dass uns gerade das besonders schwerfällt, uns von unseren hochqualifizierten Verfahren zu trennen. Aber es wird auch das ganz andere geben. Wir werden sicherlich Großprojekte künftig häufiger oder häufig selbst durch eine mit Bürgerbeteiligung ergänzte Leitgruppe steuern und lenken. Also nicht allein, wir holen uns einen politischen Beschluss und dann machen wir das als Verwaltung, sondern dieser gesamte Prozess wird dann entsprechend mit Bürgerbeteiligung reflektiert und begleitend gesteuert. Also Sie sehen so, wie das Spektrum ist, in das wir uns hineinbewegen müssen. Auf dieser Grundlage bin ich wirklich froh und auch ein bisschen stolz, dass es uns gelungen ist, jetzt im Juni einen Ratsbeschluss nahezu einstimmig zu bekommen, der gesagt hat, dort, wo wir es bislang probiert, erprobt haben, wird es jetzt systematisch als Normalität fortgeführt. Also Ende von Versuch und Pilotphase. Ab jetzt gibt es Standards, die nehmen wir absolut ernst und sie gelten auf Dauer. Und ab jetzt machen wir quasi einen Wachstumsprozess, dass wir immer mehr Bereiche hier hineinbeziehen wollen. Wir werden jetzt nach der BV Nippes eben auch die BV Kalk und BV Linnenthal mit einbeziehen. Und ich denke, das ist ein Riesenschritt. Wir werden das große Handlungsfeld Mobilität hineinbeziehen. Das heißt, wir haben ein Feld, das von größter Bedeutung für Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist. Und wir machen das in zwei Stufen, dass wir ab dem 1.1. alle Vorlagen, die in den Verkehrsausschuss dort einbeziehen und in der zweiten Stufe dann auf alle Vorlagen des Dezernates 3. Das ist dann Wichtigkeit. Und es ist auch eine riesige Masse an Verfahren, die wir da hineinbekommen. Und wir werden ergänzen zu den Einzelverfahren, die wir fortsetzen, auch eine Erweiterung auf den Jugendbereich und auch auf den Umwelt- und Klimabereich. Ich denke, dass wir damit einen echten Schritt in ein großes Feld hinein machen und wir damit nicht mehr so an den Rändern oder im versuchsten Spielstadion sind. Damit kann man auch noch mal sehen, dass ich glaube, dass dieser Prozess unumkehrbar ist. Das kann natürlich nicht das Ende sein, weil wenn wir das Leitziel realisieren wollen, dann müssen wir jetzt alle zwei bis drei Jahre die nächste Ausbaustufe machen. Wir planen, dass wir Anfang 23 die nächste Welle mit weiteren BVs und weiteren großen Handlungsfeldern machen und ab 2025 dann alle 70 Ämter mit allen Bereichen, allen Ausschüssen in dieses Verfahren hineinkriegen. Dann wird diese Großverwaltung hoffentlich diesem Leitzielanspruch nahegekommen sein. Das ist so der Prozess. Und ich will das allerdings jetzt noch abschließen mit einer anderen letzten Folie, wenn Sie mir das erlauben, indem ich noch mal ein bisschen auf das Thema komme. Worauf müssen wir ein bisschen achten? Ich habe sehr stark beschrieben, dass wir vom Grunde her immer ein Dreieck planen aus besserer Ergebnisse und Akzeptanz durch passgenaue Beteiligungsverfahren und Formate und dass wir das immer planen müssen in Abhängigkeit von Thema, Offenheit, Aufwand und Verfahrensdauer. Das ist quasi die Sachebene. Und das ist auch unser Job, das gut hinzukriegen. Gar keine Frage. Ich glaube, wir müssen uns aber alle, die wir an solchen Verfahren Interesse haben und mitwirken, uns klar machen, dass es einen Faktor gibt, der von wesentlicher Bedeutung ist, ob das Ganze in eine gute oder nicht so gute Richtung geht. Und das ist das große Thema Beteiligungskultur. Und diese Beteiligungskultur wird von Politik, Bürgerinnen und Verwaltung gleichermaßen geprägt. Bürgerbeteiligung funktioniert nur, wenn es uns gelingt, ein Verständnis zu haben, dass es um Verstehen geht, dass es um Verstehen und Verständnis für andere, auch abweichende Positionen geht, dass es um Akzeptanz von Andersdenken geht und wir in einen verständigungsorientierten Prozess hineingehen. Nur wenn es, je mehr es uns gelingt, dass diese drei Akteursgruppen in jedem Projekt diese Haltung an den Tag legen, umso besser wird es uns gelingen. Uns muss aber bewusst sein, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir es nicht erwarten dürfen, dass es in Projekten so ist. Und wir müssen immer erwarten, dass es sowohl innerhalb der Verwaltung als auch in der Politik, aber ehrlich gesagt auch auf der Seite von Stadtgesellschaft, es einfache Interessen gibt, ich setze meine mir richtig erscheinende Haltung möglichst rabiat durch. Das heißt, wir werden alle, wenn uns das Thema wichtig ist, für eine Beteiligungskultur streiten müssen. Und ich glaube, dass uns das insbesondere im Feld Mobilität, Stadtplanung, das sind dann schon Felder, ich glaube, wo wir da vor echten Herausforderungen stehen. Deswegen ist es mir wichtig, auch nochmal daran zu appellieren, dass wir möglichst auch immer für eine Kultur von Kommunikation und Diskurs kämpfen. Und das Letzte, was ich noch sagen will, was wir als Verwaltung jetzt als große Herausforderung zusätzlich haben, dass wir damit jetzt nicht nur konfliktträftige Themen und Projekte in dieses Thema hineinbekommen, sondern was wir machen müssen, ist, aus dem kleinen Staat in massentaugliche Verfahren zu kommen. Denn wir werden jetzt allein mit dem Mobilitätsbereich pro Jahr rund 100, 150 Standardverfahren in das Ganze hineinbekommen. Und damit sind wir dann schon in Herausforderungen, die für so eine Verwaltung schon ganz ordentlich sind. Das vielleicht zum Abschluss. Damit habe ich so versucht, aus meiner Sicht den Rahmen zu skizzieren und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bin ich jetzt zu hören? Ah ja, genau. Es hat ein bisschen gedauert. Vielen Dank, Herr Dr. Heinz. Ich habe mal eben in den Chat reingeguckt und jetzt außer der Aufklärung, was denn KFA, nämlich Kölner Freiwilligenagentur, betreute, habe ich keine andere Frage gesehen. Jola, hilf mir, wenn da noch was Inhaltliches an Rückfrage war. Ansonsten würde ich gerne meine Frage stellen, die mir eben beim Vortrag gekommen ist. Und zwar, Herr Dr. Heinz, Sie sprachen davon, Großprojekte sollen zukünftig häufiger durch eine Gruppe gesteuert werden. Habe ich das richtig verstanden? Das ist da um Ämterübergreifende und vielleicht auch Bürger in mitbeteiligende Begleitgremien oder? Ja, das ist genau der Gedanke, dass wir, bislang sind wir quasi tätig auf der ersten Ebene von Bürgerbeteiligung, direkt im Projekt. Bei mehrjährigen Beteiligungsprojekten glauben wir, müssen wir auf der zweiten Ebene auch den Prozess bereits mit Bürgerbeteiligung steuern. Ja, da gibt es Begriffe für vom Planungsrat oder was auch immer man sich vorstellt. Aber es geht darum, auch noch mehr Qualität und noch Akzeptanz in Großverfahren hineinzukommen, dass auch der Verfahrensverlauf, der über mehrere Jahre ja auch Aufs und Abs haben wird, auch hier bereits immer wieder mit Bürgerbeteiligung reflektiert und dann auch neu ausgerichtet werden kann. Und dass auch sichergestellt werden kann, dass die Inhalte auch weitergetragen werden. Das ist ja das, was wir immer von Bürgerinnenseite, sage ich jetzt mal, aus meiner Erfahrung am schrecklichsten ist ja die Erfahrung, man diskutiert alles mögliche, ganz tolle Ideen tauchen auf, man geht ganz inspiriert aus Veranstaltungen und denkt, das wäre ja jetzt mal toll, wenn das mal umgesetzt würde und dann fragt man sich, wieso höre ich eigentlich nichts mehr davon und ein paar Jahre später denkt man, dann hört man etwas oder sieht Planungen und sagt, Moment mal, da gab es aber doch noch ganz andere Diskussionen, wo sind die eigentlich geblieben? Und dies ist ja eine typische Erfahrung und genau, das wäre schön, wenn man die in Zukunft nicht mehr haben müsste. So, es gibt noch Fragen. Almut, du hattest gesagt, es nachgefragt wurde nach der KFA der Kölner Freiwilligenagentur. Vielleicht können Sie kurz beantworten, was sich hinter dem, der Kölner Freiwilligenagentur versteckt, vielleicht mit zwei, drei Sätzen, damit das alle verstehen. Herr Otto hatte eine Frage gestellt, die wir aber in die Diskussion nachher einbringen und jetzt stellt noch Herr Ruderer die Frage, wenn von Projekten oder Großprojekten und den Absichten der Stadt Köln zu mehr Beteiligung Städteninvestoren. Also kurz, Kölner Freiwilligenagentur oder ob städtische oder auch Privatinvestorenprojekte gemeint sind. Also ich wäre dafür, Kölner Freiwilligenagentur könnte Dieter Schöffmann gleich bei seiner Vorstellung erklären. Gut. Zu den Fragen, welche Projekte sind gemeint? Es ist immer die Frage, wie ein Projekt auch planungsrechtlich aufgesetzt und eingeordnet wird. Da haben wir auch gerade ja die Diskussion beim Max-Becker-Gelände, es ist ja glaube ich gelungen, wirklich sicherzustellen, dass wir dort Verfahren bekommen, für die dann auch Bürgerbeteiligung keine Gnade ist, sondern einfach auch gesetzlich gesichert und entsprechend gemacht wird. Wir wissen, dass es andere Projekte in dieser Stadt gibt, in denen die Verfahren so nicht aufgesetzt wurden und dann tatsächlich auch Private in relativ großer Eigenmächtigkeit ihre Planung vorantreiben müssen. Das werden wir sicherlich bei künftigen Beschlüssen von Anfang an viel besser im Blick haben müssen, damit wir dort auch sichern, dass dort, wo Bürgerbeteiligung sinnvoll und notwendig ist, wir es dann auch wirklich machen können. Ich würde gerne noch mal sagen, es geht ja nicht nur um stadtplanerische Projekte, also Projekte, da assoziierten man immer Bauprojekte, aber der Witz eigentlich an dieser Öffentlichkeitsbeteiligung ist, dass es auch auf ganz andere Dinge zugreift, zum Beispiel der Kulturentwicklungsplan oder es kann was Abstraktes, es sind nicht nur Bauprojekte gemeint und das ist auch genau das, was das so umfänglich macht, im Gegensatz auch zu anderen Kommunen vielleicht. Hatten wir dann jetzt alle Fragen, die jetzt zwischendrin noch kommen sollten, erledigt, Jola? Ich glaube, ja. Ja, das ist dann soweit erledigt. Da kann Schöfmann jetzt weitermachen. Genau, Dieter Schöfmann fängt jetzt mit seinem Vortrag an, der vielleicht ein bisschen kürzer sein könnte, damit wir vielleicht noch zehn Minuten am Ende diskutieren können. Das werden wir am Ende sehen. Das ist immer kritisch, wenn ich am Beginn gesagt habe, ich fasse mich kurz, das wird meistens länger. Ich stelle mich kurz vor, vielleicht kann dabei schon die Präsentation eingeblendet werden. Dieter Schöfmann, freier Projektmitarbeiter, Teilzeit bei der Körner Freiwilligenagentur in dem Bereich Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung, statt gesellschaftlicher Teil. Ansonsten bin ich seit 1990 selbstständig mit Öffentlichkeitsarbeit und so die letzten 20 Jahre überwiegend mit Konzeption, Beratung, Grund- und Bürgerengagement, ein bisschen Bürgerbeteiligung, sei es eine Engagementstrategie für die Kommune Wolfsburg, Beratung von gemeinnützigen Organisationen, ein weites Feld. Mein Handwerk habe ich gelernt in den 70er und 80er Jahren als Friedensbewegter, als Organiser, als Aktionstrainer für gewaltfreie direkte Aktion, kenne aus eigener Praxis die ganze Bandbreite von Flugblätter verteilen, kleine und Großdemonstrationen, auch mit bei 100.000 organisieren, ein bisschen ziviler Ungehorsam und den dazugehörigen Prozessen. Also solange es gewaltfrei ist, bin ich vor nichts fies und kenne das Spektrum und das ist sicher ein Hintergrund oder ein roter Faden, die Stärkung, das Empowerment von gesellschaftlichen Organisationen Protest. Die Präsentation bitte. Die Kölner Freiwilligenagentur ist seit über 20 Jahren in Köln unterwegs, in vielen Feldern tätig, sie versteht sich aber auch als Entwicklungsagentur, also Themen aufgreifen, die rund um Bürgerengagement, Partizipation eine Rolle spielen und in ihren Details vorzustellen, wäre wahrscheinlich, würde die Vortragszeit nehmen unter köln-freiwillig.de können Sie hier ein Bild machen, was da alles möglich ist. Ein Aspekt der Kölner Freiwilligenagentur, wie gesagt, ist auch gesellschaftliche Themen aufgreifen und so war es dann 2012, dass die Kölner Freiwilligenagentur die Ereignisse um Stuttgart 21 aufgegriffen hat, die Nichtbeteiligung und hier eine Veranstaltung angefangen hat mit weiteren Akteuren aus der Stadtgesellschaft, die letztendlich zum Ziel hatten, ich glaube im dritten Anlauf nochmal das Thema Bürgerbeteiligung auf die Agenda setzen. Da fing das nämlich schon an oder streng genommen Leitbildprozess Köln 2020, Kölner Netzwerk Bürgerengagement, also noch 10, 15 Jahre vorher schon immer wieder Versuche, Leitlinien für Bürgerbeteiligung zu implementieren in der Stadt. 2012 war dann immerhin so erfolgreich, dass daraus dann Ratsmitglieder Anträge gestartet haben, aus denen dann der Ratsbeschluss letztendlich rauskam, auch diese Pilotphase, die Herr Dr. Heinz ja vorgestellt hat, auf den Weg zu bringen und ein wesentliches Element neben den Qualitätsstandards und dieser Pilotphase war eben die Einrichtung dieser Infrastruktur eines Berufs für Öffentlichkeitsbeteiligung und das auch in dem Arbeitsgremium zu den Leitlinien damals sehr auch von den Bürgerinitiativen sehr forciert in Anlehnung an ein Modell aus Potsdam ein Verwaltungsteil beim Amt der Oberbürgermeisterin angesiedelt und einen stadtgesellschaftlichen Teil. Das wurde 2018 ausgeschrieben, öffentlich. Die Körner Freiwilligenagentur hat sich neben anderen beworben, hat den Zuschlag bekommen, da die Trägerschaft jetzt für die Pilotphase zu machen. Wenn der Verwaltungsteil stärker in die Verwaltung reinwirkt, auch letztendlich den Hut auf hat bei den ganzen Beteiligungsverfahren ist der Schwerpunkt der Kölner Freiwilligenagentur als Träger dieses stadtgesellschaftlichen Büros Gewinnung Betroffener. Mitwirkung an der Konzeption von Beteiligungsvorhaben eben unter dem Aspekt werden auch tatsächlich alle, auf die es ankommt, beteiligt und darüber hinaus mit Impulsen, mit Veranstaltungen, mit Qualifizierungen, mit einem Newsletter und anderen mehr auch zu einer generellen Förderung der Beteiligungskultur beizutragen. Das sind also zwei, eine kooperative Beteiligungsinfrastruktur, also ein Büro aus zwei Teilen mit zwei Perspektiven, die aus meiner Sicht in einer produktiven Spannung ein gemeinsames Anliegen vertreten. Das gemeinsame Anliegen ist Weiterentwicklung, Verstetigung der Beteiligungskultur. Verfolgt wird das mit unterschiedlichen Handlungslogiken. Herr Dr. Heinz sprach schon an, die Verwaltungsausbildung sieht im Grunde Bürgerbeteiligung und Ähnliches nicht vor. Wir von der Kölner Freiwilligenagentur und ich mit meiner Biografie kommen aus diesem Bereich und haben eine andere Logik, auch so ein Protest zu verstehen, zu organisieren, auch einen anderen Blick auf manche Vorhaben und haben einen anderen Zugang zu Politikverwaltung, Stadtgesellschaft. Das sind Unterschiede. Wir haben auch unterschiedliche blinde Flecken. Wir reagieren sensibel auf die eine Sache, Herr Dr. Heinz und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf andere Sachen. In dem Zusammenwirken reduziert es blinde Flecken, erweitert das Handlungsspektrum und im Grunde ist es auch eine Möglichkeit, ein bisschen auch über Bande zu spielen. Es gibt Dinge, wo die Stadt nicht aktiv werden kann. Wir haben die Integrationsratswahl unterstützt, indem wir zum Beispiel eine Liste veröffentlicht haben oder alle kandidierenden Listen eine Möglichkeit gegeben haben, sich vorzustellen, was auf der städtischen Website nicht möglich wäre. Wir konnten das machen. Also so findet ein produktives Zusammenwirken statt. Und ich möchte auf zwei, drei Aspekte, auf so Erkenntnisse eingehen. Die Leitlinien, Qualitätsstandards für Öffentlichkeitsbeteiligung sind sechs an der Zahl. Die zentrale Leitlinie, die im Grunde handlungsleitend ist für den stadtgesellschaftlichen Teil des Büros für Öffentlichkeitsbeteiligung, ist die geeignete Ansprache aller Interessierten beziehungsweise Betroffenen Kölnerinnen und Kölner. Sehr schwammig in gewisser Weise, also oder könnte auch sagen eine Selbstverständlichkeit. Es hat sich herauskristallisiert in der praktischen Arbeit jetzt der letzten anderthalb Jahre, dass man das konkretisieren kann, indem wir sagen, es geht um die Repräsentativität der Beteiligungsergebnisse. Und zwar in dem Sinne, dass alle Perspektiven der direkt oder indirekt Betroffenen in das Ergebnis einfließen. Nicht unbedingt Repräsentativität durch, sagen wir mal, der großen Zahl der repräsentativ Befragten, sondern Vielfalt der Perspektiven. Wer könnte betroffen sein? Was könnten da die Positionen sein? Bei dem Konzept, Zukunftskonzept Kölner Friedhöfe haben wir das mit Begehungen gemacht, mit unterschiedlichen Gruppen. Also das ist ein Vorgehen zu sagen, Vielfalt der Perspektiven. Und das andere ist, nennen wir Inklusivität des Beteiligungsprozesses, also die, die eher unsichtbar sind, die nie zu einer Bürgerversammlung kämen, die noch nicht mal auf die Idee kommen, dass sie was beitragen könnten, weil sie nicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie gefragt werden, die aufzusuchen, auch Barrieren zu identifizieren, die einer Beteiligung entgegenstehen, bis ein Empowerment, also wir beraten auch gelegentlich Bürgerinitiativen, ermutigen sich ein, diese sich einzumischen und so auch, sagen wir mal, Migrantengruppen, Gruppen aus, sagen wir mal, sozialprekären Milieus, die von ihren Wünschen nicht unbedingt beteiligungsfern sind, sondern vielleicht von ihren organisatorischen Möglichkeiten. Also das ist inzwischen so die Konkretisierung dieser allgemeinen Anspruchs und da sind wir dran, das auch konzeptionell und praktisch weiterzuentwickeln. Das andere ist, in den Leitlinien Bürgerbeteiligung ist von drei Stufen die Rede, das fängt mit der Informationsveranstaltung an, zweite Stufe Anhörung, Beratung, die dritte Mitgestaltung, Mitverantwortung. Wir haben immer schon vertreten aus dem Erfahrungs- und Handlungsschwerpunkt der Körner Freiwiedenagentur, dass es eine vierte Stufe der Beteiligung gibt, nämlich der praktischen Mitverantwortung, Mitgestaltung, Co-Produktion von Stadtentwicklung. So wie die Leitlinien entstanden sind, weil Bürgerinitiativen sich auf den Weg gemacht haben, zu sagen, wir wollen, dass diese Stadt Bürgerbeteiligung macht. Es kam ja nicht von Politik, es kam nicht von Verwaltung. Oder der Klug e.V. Köln Leben und Gestalten sich einsetzt für öffentliche Räume. Das ist bürgerschaftliches Engagement, ohne darauf zu warten, dass es ein Vorhaben gibt. Das zählt für uns auch zur Beteiligung, ist anspruchsvoller, ist dann mal eine andere Art. Spannend ist, dass jetzt bei zwei Beteiligungsvorhaben des Salzmagazin, der Quartiersplatz und die Grünanlage in Köln-Pochz an der Glashüttenstraße in beiden Erhebungen jeweils gesagt wurde, eine schöne Gestaltung des Platzes ist ja fein, aber lasst es sein, weil das wird sowieso kippen wegen Drogen, Prostitution, wie auch immer. Es sei denn, es gelingt, diesen Platz so sozial zu bespielen, dass da mal eine konstruktive soziale Kontrolle stattfindet. Durch bürgerschaftliches Engagement. Also interessanterweise, also wir haben es nicht angetriggert, zeigt sich das aus diesem Beteiligungsverfahren, was für uns eine weitere Baustelle ist. Also da sind wir mit Bürgervereinen im Gespräch. Wie kann man sie unterstützen, zum Beispiel ein Konzept des freiwilligen Managements, des Engagementmanagements zu entwickeln, was zu einer tragfähigen Bespielung solcher Plätze führt. Das sind so erste, wie soll ich sagen, auch Erkenntnisse und Konkretisierungen und damit sind wir im Grunde, ist vielleicht der Bogen zum Beginn. Wir sind sehr davon überzeugt, dass eine Entwicklung der Stadt nur gut gelingt, wenn die Menschen der Stadt nicht nur gelegentlich gefragt werden bei Vorhaben, sondern wenn sie insgesamt und die andere Seite ist, dass auch Zulassen von Politik und Verwaltung, also dass ein Rat nicht sagt, aha, wir sind die Herren und Damen, wir wissen, wo es lang geht, geht, sondern immer wieder auch zu achten auf Initiativen aus der Stadtgesellschaft. Was sind da die Impulse und es mit ihnen zu machen und genauso ein Lernen in der Verwaltung mit diesen unbequemen, engagierten Bürgerinnen, die auch immer meinen, sie wissen, wo es lang geht, dass man gemeinsam in den Dialog geht und so Stadt entwickelt. Das ist so unser Ansatz und das ist sicher die produktive Spannung im Verhältnis auch dieser beiden Büros. So viel von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Hört man mich? Ja, ich glaube, das Mikrofon ist wieder an. Vielen Dank, Dieter Schöffmann, dass du dich kurz gefasst hast. Sehr gut. Und ich habe jetzt mal den Chat so ein bisschen gelesen, jetzt keine weiteren direkten Fragen gesehen. Ich kann jetzt im Chat nicht gleichzeitig schreiben, nur als Erklärung, dafür ist Jola da. Nicht, dass jemand meckert, dass ich da jetzt nicht drauf antworte. Mir persönlich hat jetzt noch mal sehr gut gefallen, diese Abschlussthematik, Dieter, die bei dir kam, sozusagen aus der Bürgerinitiativen Szene heraus, also dieses nur gegen etwas sein, das kann noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern es muss eigentlich darum gehen, dann positiv auch was beizutragen. Und ganz spontan fallen mir da mehrere Dinge ein, zum Beispiel der Tag des Guten Lebens ist so ein schönes Beispiel. Der letzte Tag des Guten Lebens hatte 150.000 Besucher hier in Ehrenfeld. Ich habe auch selbst als Mitmacher daran teilgenommen. Also es ist unglaublich, was man auf die Straße bringen kann. Natürlich von Organisationen, die den Einzelbürgern dabei helfen. Also nicht jeder Bürger kann das allein, aber man kann da schon sehr viel machen. Und wenn man jetzt Hallen-Kalk oder auch Raum 13 sieht, da gibt es ja ganz interessante Ansätze, die wirklich aus der Bürgerschaft herauskommen. Und das wäre meiner Meinung nach schön, wenn man mehr diese Kreativität nutzen würde, um insgesamt eine Stadt voranzubringen. Das war aber jetzt mehr ein Plädoyer von mir und das darf ich eigentlich gar nicht als Moderatorin. Jola, gibt es noch Fragen? Ja, es kommen jetzt schreiben ein paar Leute. Also eine ist jetzt konkret da. Da ist auch die dauerhafte Beteiligung der Bürger und Kunden im Sinne einer agilen, kontinuierlichen Weiterentwicklung auch in einfachen Bestandsverfahren bereits diskutiert worden. Möchte jemand ansprechen? Die Grunddiskussion auch in dem Arbeitskremium, in der Entwicklung der Leitlinien war ja zusammen. Also was Herr Dr. Heinz auch schon ansprach, erstmal neue Verfahren. Aber, ich glaube, das hatten Sie ja, Herr Heinz, auch schon angesprochen, sowohl Verwaltung als auch die politischen Entscheidungsgremien sind zum einen frei, auch zu dem Schluss zu kommen, dass selbst im laufenden Verfahren das produktiver sein könnte, das vorhabenbezogene Vorgehen. Ich denke, der Herr Dr. Heinz wird dann auch eher konkret werden, aber bei Agilität finde ich auch nochmal an die Anmut anknüpfend. In der Tat, glaube ich, ist es wichtig, Akteuren der Stadtgesellschaft auch breiter zu sehen. Also es gibt ganz legitim, sagen wir mal, die Protestbürgerinitiativen, also die fokussieren, sagen, da ist ein Problem, da muss was geändert werden. Und die Gestaltungsinitiativen, wie Agora, Tag des Guten Lebens, Klug e.V., Köln spricht, die aus eigenem Antrieb praktisch beitragen zur Stadtentwicklung, zur Zusammenhalt. Und ich glaube, was wichtig ist, und da sehe ich auch unsere Rolle beiderseits vom Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung, diese viel stärker mit ins Boot zu holen, also in kontinuierlichere Dialogprozesse und damit auch Impulse in Politik und Verwaltung reinzugeben und umgekehrt. Und zum Beispiel ganz konkret, Klug e.V. hatte keinen direkten Kontakt zur Verwaltung, Grünflächenamt, sagten aber, wir würden gerne kulturell öffentliche Flächen bespielen. Da waren wir als Mittler, die an einen Tisch zu bringen, Grünflächenamt deutlich zu machen, das ist kein Überfall, das wird ein konstruktives Gespräch, dafür standen wir als Mittler. Danach konnten wir uns zurückziehen und die zwei Seiten sind gut in den Dialog gekommen. Davon stelle ich mir mehr vor. Ich glaube, das würde Agilität auch in Verwaltung reinbringen und umgekehrt auch Vorurteile auf Seiten von gesellschaftlichen Initiativen abkommen. Ich glaube, in jedem Bereich, ich komme zum Beispiel aus dem gemeinschaftlichen Bauen und Wohnen, da ist es ganz klar, je mehr Möglichkeiten es gibt, je größer die Beteiligungskultur wird, desto mehr, glaube ich, ganz sicher Aktivitäten kommen und sprießen, wie in einem Garten überall. Und es geht, glaube ich, darum, diese Möglichkeitsräume zu schaffen und auch so ein Vertrauen darauf, dass dann da auch schöne und gute Sachen entstehen und sich darauf zu freuen und nicht nur Angst zu haben, oh je, jetzt passt Ihnen das alles nicht. Herr Dr. Hans. Ja, ich kann vielleicht auch Herrn Schlangenhauf antworten. Tatsächlich machen wir auch gerade aus meinem Referat heraus, den Schritt, agiles Projektmanagement einzuführen, für diejenigen, die nicht so drin sind. Bislang ist eben, erst plant man und wenn das klar ist, dann setzt man um. Agilität heißt, wirklich in einem auch Startprozess ausprobieren, lernen, weiterentwickeln, vorzugehen. Auch das führen wir gerade aus meinem Bereich als eine neue Art von Methodik in Verwaltungshandeln ein und wir kriegen da ganz viel Zuspruch auch von Ihnen, die sagen, es ist doch viel, viel klüger, so vorzugehen und dann muss man natürlich auch die Bürgerbeteiligung darauf entsprechend einstellen. Wir haben in dem Team Verwaltungsreform gerade jetzt seit dem 1.10. zwei Personen für Service Design eingestellt, die genau solche Prozesse dann auch in Bürgerbeteiligung mit voranbringen wollen. Also wir versuchen im Prinzip auch schon die nächsten Entwicklungsstufen einzuleiten. Ich kann allerdings auch gleich mit auf die Frage von Herrn Schmidt antworten, warum es denn nun bis 2025 dauern soll, bis das vollständig gelingt. Ich hatte versucht, das ein bisschen zu begründen. Wir müssen schon auch Qualität sichern, wenn wir solche Beteiligungen herbeiführen und ganz ehrlich, wir schaffen es einfach nicht, in einem schnellen Sprung auf 20.000 Mitarbeiter solche Verfahren auszuweiten, auf 70 Ämter auszuweiten. Der Sprung auf dieses riesige Feld Mobilität ist schon wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe und ich denke, wir werden schneller werden mit jedem gelungenen Schritt. Wir sind wirklich klein gestartet, das würde ich so auch ehrlich sagen. Ich glaube, dass das wie so eine Schneelawine sein wird und wenn wir vor 2025 die Schritte gehen können, dann werden wir sie garantiert gehen. Allerdings kann ich das realistischerweise im Moment nicht versprechen. Hier schließt sich eine Frage von Herrn Otto ganz gut an zu den Herausforderungen. Er fragt, auf welche Art und Weise lässt sich eine für den Dialog bereichernde Haltung in die Verwaltung hineintragen? Das heißt, wie sehr müssen sich Verwaltungen ändern, da eine Dialogkultur im klassisch-hierarchischen System oft nicht allzu ausgeprägt ist? Also von der Ausbildung ist Dialogkultur vielleicht nicht ausgeprägt, aber ich werde jetzt keine Namen und Bereiche nennen, um keinen zu bevorzugen. Es gibt Naturtalente des Dialogs und der Bürgerbeteiligung. Die zugleich auch ein gutes Standing in der Verwaltung haben. Wenn mit den Beteiligungsverfahren gelingen, sind das aus meiner Sicht wichtige Botschafter, die auch die Erfahrung gemacht haben, also in allen Beteiligungsverfahren, haben die eine Auswertung hergedacht, gesagt, also sie haben da einen Projektplan vorgelegt, eine Vorgehensweise, da konnten wir uns nicht vorstellen, dass das klappt, aber wir haben uns mal darauf eingelassen. Es hat funktioniert. Also da ist ein Lernen und auch eine positive Erfahrung zu sagen, da ist ein Ergebnis, es war ein Aufwand, aber im Sinne eines Investments, dass sie zu einer besseren Qualität gekommen sind. Das sind Botschafter in die Verwaltung rein. Ich glaube, die werden wichtiger sein, als das, Herr Dr. Heinz kann da vielleicht mal reinwirken, wir sicher nicht. Also wenn wir sagen, werde man Dialogkultur, das ist dann so von außen. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Strang und das knüpft an die Frage Qualität. Also sagen wir mal, die Zahl des, also sagen wir mal, aus Fehlern kann man lernen, aber die Zahl des Scheiterns sollte geringer sein, als die, sagen wir mal, erfolgreich gut durchgeführte Verfahren, wo alle rausgehen und sagen, das ist ein produktives Ergebnis. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Botschaft und das ist in der Tat eher ein Entwicklungsprozess. Das andere ist, das ist eine lange Geschichte, Curricula in den Verwaltungsausbildungen, da auch weiterzukommen. Aber das geht, glaube ich, über die Möglichkeiten der Stadt hinaus. Ich will das mal in zwei Stufen beantworten. Unsere Lernerfolge oder unser Vorankommen läuft eigentlich ganz einfach. Wir starten mit erfolgreichen Kernen und immer mehr sagen sich, warum machen wir das nicht auch so? Das ist der einfachste Weg, um neue Kulturen einzuführen. Und auch deswegen ist es durchaus aus meiner Sicht klug, ein nur begrenztes Wachstum in einer bestimmten Zeiteinheit zu schaffen, weil es keinen Sinn machen würde, auf einmal 200 Verfahren, davon laufen 150 schief, weil wir nicht ordentlich auf den Weg gebracht haben und dann fliegt uns das Ganze um die Ohren. Spannend ist das für diejenigen, die noch ein bisschen breiter interessiert sind, dass wir innerhalb der Kommunalverwaltung letztlich drei unterschiedliche Arten von Kulturen brauchen. Wir haben in einem und denselben Abend zum Teil immer noch Ordnung gehört. ist Dialog im Sinne nur noch für eine Erklärung, warum richtig und falsch ist, aber dort ist Dialog nicht Kernelement. In demselben Amt haben wir aber quasi Dienstleistungen. Schon an der Dienstleistungsorientierung sind wir drin, was sind eigentlich Nutzungsbedürfnisse etc. Und das dritte Feld hat Herr Schöffmann wunderbar beschrieben. Wichtige Fragen der Stadtentwicklung sind wir, glaube ich, als Verwaltung nur noch ein Akteur neben anderen in der Stadtgesellschaft. Und wenn Sie sich das vergegenwärtigen, dann sehen Sie gerade, welchen Wandel so eine Stadtverwaltung durchmachen muss. Und eine wirklich noch offene Frage ist das, wie gelingt es uns innerhalb auch nur eines Amtes, drei unterschiedliche Kommunikations- und Entscheidungskulturen hinzubekommen. Also das zeigt noch mal ein bisschen so die Herausforderungen, die wir da vor uns haben. Vielleicht darf ich noch gleich auch Frau Pakula nochmal auf die Rolle der Kommunalpolitik, die sei natürlich Bürgerbeteiligung. Wir machen das eigentlich genau in diesem Sinne. Wir wollen nicht mit Bürgerbeteiligung in Köln politische Entscheidungsprozesse ersetzen. Das heißt, unser Ansatz ist innerhalb des beschlossenen Rahmens nicht direkte Demokratie, um das so deutlich zu machen, sondern Unterstützung und Stärkung demokratisch legitimierter Entscheidungsprozesse. Das ist jedenfalls unser Weg, wo wir auch im Moment dann auch die volle Rückendeckung des Rates haben. Eine ganz andere Diskussion wäre es, hilft uns mehr direkte Demokratie? Da könnten wir sicherlich noch zwei, drei Abende hier im Kugus führen. Vielleicht mal ganz kurz. Ich darf es mir das vielleicht erlauben, weil ich auch kommunalpolitisch unterwegs bin. Dieses Verkleistern, das war auch mal im Arbeitskrieg, das ein Ratsviki sagte bei der Frage, jetzt hätten wir gerne Rückmeldung von den bürgerlosen Bürgerinnen, ist nicht jeder Bürger. Kommunalpolitik hat eine andere Machtposition, eine andere Kompetenz- und Gestaltungsposition. Das so zusammenzuführen, sagen wir sie auch Bürgerbeteiligung, macht den Begriff unscharf. Ich glaube, es braucht tatsächlich Dialog. Die Letztverantwortung, was Herr Dr. Heinz ansprach des Rates, ist vollkommen klar. Aber die Haltung, die es stark gab, dass doch die Ratsmitglieder, die doch gewählt sind, die über die Parteien haben, den Kontakt zur Gesellschaft und sie wissen schon, wo es lang geht und sie haben alle Bürgerinteressen drin. Das gilt schon lange nicht mehr und schon gar nicht mehr in Zeiten geringer Wahlbeteiligung und die blinden Flecken in der Kommunalpolitik, wenn ich politisch organisiert bin, sind andere als die blinden Flecken von nicht politisch Engagierten, aber betroffenen Bürger. Und aus der Unterschiedlichkeit, glaube ich, kommt auch eine Qualität im Beteiligungsverfahren und von daher mein Appell, dass Ratsmitglieder sich nicht angefasst fühlen, sagen, nimmt uns das was weg, wenn Bürgerinnen und Bürger jetzt eigens gehört werden. Das sind unterschiedliche Perspektiven, die letztendlich in den Dialog kommen und Kommunalpolitik braucht genauso noch Lernprozesse wie Verwaltung. Das sage ich aus Bürgerperspektive. Da wir jetzt unsere Stunde schon eine Minute überschritten haben, würde ich gerne langsam zum Abschluss der Veranstaltung kommen, aber danke, dass dieses Thema, dass Sie nochmal auf die Fragen von Frau Fakulat eingegangen sind. Also ich meine, die Kommunalpolitikerinnen sind ja nicht ausgeschlossen von den Bürgerbeteiligungsveranstaltungen und wie ich sie kenne, nehmen sie ja auch regel bisher schon an solchen teil und vielleicht ist es auch dann nochmal eine Gelegenheit auch für diese direkt nochmal mit Bürgerinnen, die sie vielleicht noch nicht kennen, auch in Kontakt zu kommen. Trotzdem können wir leider jetzt das nicht weiter fortführen, weil wir jetzt einfach keine Zeit mehr haben, aber schön, das heißt ja, dass es sicherlich angesagt ist, weitere Veranstaltungen zu dem Thema zu machen und auch, dass die Entwicklung der Öffentlichkeitsbeteiligung in Köln weiter zu verfolgen und sicher im nächsten Jahr können wir nochmal eine Veranstaltung machen, wo wir vielleicht auch näher darauf eingehen, welche Projekte dann gelaufen sind und welche Erfahrungen man dann gehabt hat. Jola, siehst du jetzt noch Fragen, die wir jetzt unbedingt noch beantworten müssen, bevor ich meinen letzten Satz sage? Es kommen jetzt noch gerade zwei längere Beiträge rein, die Frage ist, ob wir uns die fünf Minuten Zeit noch nehmen oder ob wir abbrechen jetzt, das musst du entscheiden. Also ich hätte die fünf Minuten noch, wenn unsere zwei Diskutanten auch bereit wären, da noch was zu beantworten. Dann würde ich sagen, die beiden letzten Fragen. Herr Roderer fragt, wird Köln nach der Umsetzung der Leitlinien Ihrer Meinung nach nun ein Vorzeigemodell im Bereich Bürgerbeteiligung sein und was könnte noch besser sein? Welche Städte national oder international oder Modelle zur Beteiligung sind Ihre persönlichen Vorbilder? Dazu sage ich gerne was. Wenn wir in angelsächsisch geprägte Länder gucken, zum Beispiel Christchurch New Zealand, dann ist es spannend, dass dort Bürgerbeteiligung sich eben nicht auf Bauprojekte reduziert, sondern dort werden ganze Stadtstrategien mit großer Kraft kommuniziert und es gibt unglaubliche Zugriffszahlen übers Internet, dass sich Menschen dafür interessieren, wie sich die Stadt entwickeln sollen. Also die erste Voraussetzung gelingender Bürgerbeteiligung ist natürlich erstmal Menschen zu informieren, sie dafür zu gewinnen, dass da was spannende Themen sind. Christchurch ist da unglaublich stark und wenn die dann zum Beispiel aufrufen, sich am Haushalt zu beteiligen, wir haben ja auch so einen Begriff Bürgerhaushalt, dann geht es nicht um kleine Mini-Projekte, die wir am Ende voten, wer 5000 Euro kriegt, sondern dort wird wirklich mit großer Beteiligung quasi abgestimmt, welche Teilstrategien welches Gewicht haben sollen. Und das, finde ich, geht eben über einzelne Projekte hinaus und wird auch meinem Bild von letztlich einer Bürgerkommune noch mal deutlich näher. Aber das hat sicherlich auch was mit angelsächsischen Traditionen zu tun. Also das wäre so mein Bild, dass, wenn es richtig gut funktioniert, wir auch irgendwann in einer solchen Art von Bürgergesellschaft leben. Ich kann auch kurz darauf eingehen und auf Herrn Keil. Also ich neige nicht zu Köln-Besoffenheit. Von daher, ob wir Vorbild sind, weiß ich nicht. Allerdings, wir haben im Juni drei Veranstaltungen gemacht. Die dritte war mit externen Experten, unter anderem Professor Selle, so einer der Gurus der Bürgerbeteiligung. Die Rückmeldung war, dass wir ganz gut auf dem Weg sind und hier Entwicklungen sind, wo man sagen kann, das könnte vorbildhaft werden, wenn das auch gut weitergeht. Ansonsten Vorbild aus anderen Städten, ich glaube, da hat Herr Dr. Heinz schon genug gesagt. Was die konfliktbeladenen Dinge angeht, der Fahrplan des Bürgerbeteiligungswachstums aus der Handlungslogik der Verwaltung greift zu kurz. Wenn es um die gesamtstädtische stadtgesellschaftliche Entwicklung geht, ja, bescheidener gesagt, es ist im Kern mit den Leitlinien, macht sich die Stadt Köln als Institutionen Verwaltung und Ratspolitik und Bezirkspolitik auf den Weg mit Bürgerbeteiligung besser zu werden. Da ist aber auch eine Grenze. Was aus diesem Prozess entsteht, kein Tag des guten Lebens. Das entsteht aus stadtgesellschaftlicher Initiative. Das Vorantreiben, dass es, sagen wir mal, die Stadt sagt, wir werden klimaneutral, entsteht nicht unbedingt aus solchen Verwaltungs- und Ratspolitikprozessen, sondern dass Menschen auf die Straße gehen, Fridays for Future, dass, was weiß ich, sie sich auf die Schreibtische der Verwaltung oder der Politik setzen oder sie ganz links liegen lassen und einfach Projekte entwickeln, den Asphalt aufreißen und Urban Gardening machen, was auch immer. Also, darauf zu verlassen, dass die Verwaltung oder die Ratspolitik insgesamt die gesellschaftlichen Konflikte oder insgesamt diese Kultur regelt, das ist, sagen wir mal, im Zweifel, will ich dir, Werner, nicht unterstellen, aber eine etatistische Perspektive, weil ich sage, wenn der Staat gut ist, dann ist alles gut. Nein, es braucht mehr. Also, sagen wir mal, es braucht das selbstermächtigte Engagement in einer dialogischen Form. Also, nicht zu sagen, die Politiker sind alle bescheuert oder sind korrupt oder wollen nur sich profilieren, was absoluter Quatsch ist oder die Verwaltung Islam oder Ignorant, sondern auch da in den Dialog zu gehen, aber auch mal mit kritischem Protest. Aber man kann mit Polizisten auch bei einer Blockade reden, wo man dann juristisch auf zwei Seiten steht und trotzdem in einen konstruktiven Dialog kommt. Ja, das hört sich doch schon nach fast gutem Schlusswort an. Ich möchte trotzdem noch den Ausblick geben. Einmal, ich glaube, Theorie ist gut, das haben wir heute gesehen. Die Frage ist natürlich, wie wird es in der Umgesellschaft umgesetzt? Und das wird, glaube ich, das Entscheidende sein, wie wir in Köln diesen Prozess am Ende finden werden. Und da bin ich ganz gespannt, in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr nochmal drauf zurückzukommen und zu sagen, wie war es denn jetzt im nächsten Schritt der Pilotphase? und ich drücke wirklich alle Daumen, dass es gut wird und dass man das Gefühl hat, es geht voran. Ganz am Schluss würde ich dich, Dieter, noch bitten, weil wir jetzt hier gerade ein schönes Forum haben. Es soll ja der Beirat neu besetzt werden. Kannst du kurz sagen, wer da noch Informationen bekommen kann, wo sich die Stadtgesellschaft oder Personen oder auch Institutionen aus der Stadtgesellschaft bewerben können, um in den Beirat des Leitliniengremiums beitreten zu können? Also der Beirat so kurz ist dreigeteilt zusammengesetzt Ratspolitik, Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft und die Hälfte des Stadtgesellschaftlichen Teils sind geloste Bürgerinnen und Bürger. Also da wird es einen Aufruf geben und da können alle Menschen, die interessiert sind, sich melden. Und dann gibt es eine Besetzung aus vier Perspektiven, organisierte Zusammenhänge, die für Partizipation sind. Das wird erstmal jetzt noch fortgesetzt von zwei, die zurzeit im Beirat sind, also Bürgerinitiativen, mehr Demokratie, solche Akteure. Dann die Perspektive Senioren, die Perspektive Jugend und die Perspektive Migrantin, Migration, Integration, jeweils auch mit Partizipationsperspektive. In den nächsten Tagen wird es dazu eine Einladung geben, sich zu bewerben, auch Vorschläge zu machen. Das kann man bei uns auch mitwirkungsportal binde-strich köln.de, das ist so die städtische Seite, aber sicher auch bei köln-freiwillig.de schräg Öffentlichkeitsbeteiligung, gerne auch auf der Website Haus der Architektur und also auch gerne weiter verbreitet. Wir geben Newsletter raus, über den Verteiler wird das auch kommuniziert. Es wird eine städtische Presseinformation geben. Wir versuchen die verschiedensten Kanäle da zu bedienen und dass möglichst viele sich bewerben. Und dann wird es eine Versammlung geben, coronamäßig sehen wir zu, dass wir das hinkriegen, wo dann praktisch jeweils Personen als Vertretung von Perspektiven gewählt werden, auch mit dem Anspruch, nicht wie bisher, sie sind dann für sich isoliert da in diesem Gremium, sondern auch das Ziel ist eine Rückbindung mit all den Akteuren in dem jeweiligen Feld, sodass da auch eine breitere Vernetzung Grundumfragen der Beteiligung stattfindet. Das ist jetzt so interessant, dass alle sofort auf das Mitwirkungsportal gucken werden. Ich hoffe, das hält sich noch eine Weile. Schauen Sie regelmäßig rein, schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Seite vom Haus der Architektur. Ich denke, heute war es eine tolle Veranstaltung und ich hoffe, wir machen noch viele davon. Aber es ist jetzt doch 8.11 Uhr und jetzt kommen wir zum Schluss und ich danke den Vortragenden, ich danke den engagierten Chat-Schreibenden und Zuhörenden und ich denke, die 16 Teilnehmer, die jetzt noch da sind, am Anfang waren es 22, werden auch noch mehr werden. Vielen Dank Ihnen allen und einen schönen Abend. Auch herzlichen Dank. Tschüss. 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 Vielen Dank.